Das Gefühl, das sich einstellt, wenn ein Tag einfach gut war und die Gemeinsamkeit dazu beigetragen hat, wenn ich nicht ganz genau sagen kann, was jetzt eigentlich gut war. Und es war aber gemeinsam, wir haben gemeinsam etwas erlebt, wir haben es geteilt, es war besser. Das ist schon sehr ähnlich wie dieses Gefühl, das sich bei Leistungssportlern einstellt, was wir als Flo bezeichnen können. Das ist ähnlich. Man kann auch sagen, wenn es mir darum geht, einen Flo herzustellen, in den Flo-Zustand zu kommen, ein unterstützender Faktor ist, mach es mit wem anderen. Mach es mit wem anderen.